Also die Krankmeldung von Micha und Andi sieht total komisch aus. Dr. Foul, den überprüfe ich. Also hier ist der Arzt. Moin, ich müsste zum Arzt. Kein Problem, setzen Sie sich. Okay, wollen Sie einen Cheeseburger? Nein, danke. Naja, okay, dann können Sie direkt mitkommen. Moin, ich bin krank. Was haben Sie denn? Bauchschmerzen. Oh je, das kommt bestimmt vom Cheeseburger, oder? Nein, ich hatte keinen Cheeseburger. Naja, okay, dann bekommen Sie eine Woche. Sie haben mich doch noch nicht mal untersucht. Wollen Sie jetzt eine Woche frei oder nicht? Ach, so läuft das. Dann gehe ich lieber zu meinem richtigen Arzt. Na dann viel Spaß. Habe ich doch gewusst, dass die nicht richtig krank sind. Na wartet, bis die wieder in der Schule sind.